Tobias Regel Kräuter für uns bei seinem ersten Spiel erster Runde geforderte Bezirks Einzelmeisterschaften Neuen Bettelsau 21. Oktober 2017 Ist der Knopf da drüben? Ja Stoppfloppe, ja, ja Kommt da drüben, ist nicht Ok Aber nicht unter Druck, nur nichts 4-6 Ja, da hat er kann ich nicht mehr so richtig Äh, doch gehen Ja, okay Danke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du streckst dich immer mit einem... Probier mit dem Körper, wenn man einfach... Go! Go! Das war's für heute. Das war's. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.